So, hi Leute, hier ist der Calvin, live aus Hamburg mit Marius the Man Schwieg, mit dem Bispinger Hände. Das hat er ja damals gefilmt. So, ich bin jetzt gerade hier an einem Gebäude, was ich so noch nie gesehen habe. Das ist scheinbar ein WC. Das ist der Eingang zum Hamburger Efton. Das ist der Eingang zum Efton. 50 Cent, warte mal. Gucken, was da jetzt passiert. Wow, halleluja. Okay, ey, es geht zu. Kann man hier abschließen? Das geht, glaube ich, automatisch. Hier steht jetzt der Set. Hier sitzt, okay, warte. So. Ich gehe mal weiter runter, dass man das nicht so sehen kann. Ne, ich mache jetzt die Kamera aus, natürlich. Oh, fuck, da kommt Wasser raus. Oh, Mann, was denn das ist das Waschbecken? Scheiße. Oh, Mann, was denn das ist das Waschbecken? Scheiße. Oh, Mann, was denn das ist das Waschbecken? Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020